Letzte Woche habe ich mir für euch die ETHEN PA 4 angeschaut. Eine schöne kleine Mikroendstufe mit asymmetrischer Leistungsverteilung, mit der man wirklich verschieden kombiniert viel Spaß haben konnte. Aber was ist, wenn man mehr will, mehr Leistung, mehr Reserven, mehr Dynamik? Dann muss man sich die nächstgrößtere Serie anschauen, und zwar die ETHEN MA Serie. Ich bin Thomas, ich mache es seit 2004 K-Hifi in meiner Freizeit, habe da schon meine eigenen Autos umgebaut, ein paar Autos von Kollegen umgebaut, eingestellt etc. Und das macht mir immer noch Spaß, und ich gucke mir so ein paar Sachen an und erkläre euch, was ist gut daran, was ist nicht gut daran, was finde ich schön, nicht schön, ist es von der Haptik her brauchbar, ist es von den Leistungswerten her machbar, und ist es halt irgendwas, was man sinnvoll nutzen kann. Die ETHEN MA Serie, die ich hier gerade bei mir auf dem Tisch liegen habe, ich habe die MA 4 hier gerade vor mir, es ist eine Endstufe, die der direkte Nachfolger von der ETHEN Mini Serie ist. Die ETHEN Mini Serie gibt es schon länger, und die wird jetzt so langsam auslaufen und quasi entsetzt werden von der MA Serie. Die Mini Serie ist tatsächlich im Wettbewerbsumfeld sehr bekannt und bewährt, weil es halt wirklich Endstufen sind, die preislich nicht total übertrieben sind, das heißt, die sind halt auf einem Niveau, wo man sagt, okay, das ist günstig bis mittelgünstig für eine Endstufe. Das heißt, wir reden hier nicht von irgendwelchen Ultra-High-End-Sachen, sondern von bodenständigen, brauchbaren Endstufen. Die Stufen sind klein, die Stufen haben genug Leistung, die Stufen sind qualitativ vom Sound her sehr, 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 sehr gut, und brauchen kaum Strom. Also eigentlich wirklich schöne Stufen. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung, dass die neue MA Serie ein brauchbarer Nachfolger wird von der Mini Serie, die wir haben. Deswegen würde ich sagen, packen wir mal erstmal aus und gucken mal, was wir so alles finden. So, und da haben wir quasi die ETHEN MA4. MA4, so wie wir es sehen, ist eine Vierkanal, das heißt, entsprechend gleich zu der Vierkanal liegen Mini-Discard. Ich mache einfach mal den Deckels auf und, ja, ich habe das schon mal aufgehabt. Die Anleitung, die wir hier sehen, ist für die MA2 und für die MA4. Es gibt auch noch andere, erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Wir haben genauso wie in der, ja, in der PA haben wir auch hier entsprechend Zubehör. Zubehör und auch beim Zubehör gibt es einiges. Hier an der Stelle gibt es tatsächlich auch eine Pegelfärbedienung, das heißt, gab es jetzt in der PA nicht. Das heißt, hier können wir unseren Pegel einstellen. Für die Pegelfärbedienung gibt es natürlich auch ein langes Pegelfärbedienungskabel, das heißt, dass wir halt auch die Endstufe ganz normal im Kofferraum tun können und dann halt das Ding von vorne steuern können. Für mich tatsächlich uninteressant. Ich steuere alle meine Sachen per DSP. Auch hier, das war es schon, haben wir High-Level-Inkabel, das heißt, wenn wir High-Level ohne optisch oder sonst irgendwie in die Endstufe zu wollen, können wir hier mit diesem High-Level-Kabel drangehen. Wir haben hier Ersatzsicherung und auch wieder Befestigungsfüße, die gleichen Befestigungsfüße, die wir schon von der PA-Serie kennen, die wir aus der Mini-Serie kennen, aus der Power-Serie kennen. Das ist hier alles Standard, das tue ich mal weg. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen, und zwar zur Endstufe. Wie ihr seht, ist auch die Endstufe nicht riesig. Das heißt, wir sind hier weit weg von, hey, das ist ein Riesenbrocken. Das ist natürlich im Vergleich zur PA deutlich größer. Brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt, das hier ist ja deutlich mehr Platz, als die PA4 braucht. Und das ist eine MA4. Das heißt, da haben wir schon deutliche Unterschiede. Aber wir haben natürlich auch Unterschiede in den Leistungsdaten von dem Ding. Wir gucken uns auch hier, also vom Finish her, vom Gehäuse her, auch von der Wertigkeit her. Also das ist hier alles sehr, sehr schön. Das ist halt ein Alu-Druckguss, den wir hier haben. Das sieht, ja, es ist schon befingert worden. Das sieht alles wirklich wertig aus. Das fühlt sich auch sehr wertig an. Ist auch relativ schwer. Gleiches Prinzip wie bei der PA. Das heißt, auch hier haben wir hier diese Nupsis. Vier an der Zahl. Und die Nupsis gehen hier entsprechend auf unsere einzelnen Sachen. Hier gibt es deutlich mehr einzustellen, weil wir hier vor halt einfach nicht so viel Platz haben, beziehungsweise hier mehr einstellen können. Aber ich gehe erstmal nochmal auf die Nupsis ein. Auch hier kann man natürlich mit einem Inbus hier entsprechend eins von diesen Dingern hier abschrauben. Schrauben wir jetzt einfach mal hier eins ab. Und das Teil kann man hier hinten draufschrauben. Kannst du mal reinschrauben. So, und damit ist diese Stufe jetzt halt auch stackable. Das heißt, wir können eine zweite davon nehmen und das quasi oben drauf, oben drauf, oben drauf und haben halt irgendwann so ein riesen Stack an Icon MA Stufe. Und das funktioniert auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Aber brauchen wir jetzt nicht, weil ich habe im Moment nur eine einzige Icon MA Stufe hier. Sollte ich noch weitere bekommen, dann werde ich die natürlich auch nochmal anschauen und ja, durchtesten. Jetzt bin ich zu doof, das Ding hier rein zu tun. Mein Gott. Ja. Ein Unterschied, den man jetzt schon hier sieht, ist, es gibt Löcher. Und wenn es Löcher gibt, heißt das, dass man hier, ihr seht das, da kann man was durchschrauben. Das heißt, eine Sache, die mich bei der Miniserie immer gestört hat, ist, man musste diese Füßchen hier nutzen und konnte halt nicht die Endstufe direkt festschrauben. Das ist jetzt endlich gelöst. Das heißt, wir haben hier halt vier Löcher und wir können diese Endstufe einfach mit Schrauben hier ordentlich festschrauben. Danke, Icon, dafür. Das hat mich schon immer genervt, weil diese Füßchen, ja, ich weiß nicht, die waren nicht so meins. Genauso wie in der Icon PA Serie gibt es jetzt hier unser Einstellwerkzeug. Das heißt, da ist ein Werkzeug bei. Das ist halt super flach gebaut, was halt praktisch ist, wenn wir halt nicht viel Platz haben und hier halt irgendwo die nächste Endstufe kommt, dann können wir ja trotzdem hin und her regeln. Also eigentlich ein ganz, ganz cooles Teil. Ich brauche es nicht, weil ich normalerweise das Ding einmal einstelle und danach dann nie wieder dran will. Wir gucken uns die Seite hier an. Das heißt, das ist eine MA4, eine Vierkanal-Endstufe. Und Sachen, die wir bei der Icon PA hier quasi hier vorne hatten, hier konnten wir einstellen, was für ein Load wir haben und was für ein Input Voltage wir haben. Und hier habe ich gesagt, okay, das geht hier nur insgesamt für alle vier Kanäle. Genau das geht hier bei der MA natürlich mehr. Das heißt, wir haben hier getrennt die Input Voltages für Kanal 1, 2, 3, 4 können wir quasi einstellen. Das heißt, wir könnten irgendwo verstärkt schon mit einem Werksverstärker reingehen und Sachen, die halt unverstärkt sind. Und wir haben hier auch nochmal die Input Loads, die wir hier auch ändern können. Das heißt, auch hier an der Stelle, wenn wir halt ein System haben, was halt schon von Werk mit einem Soundsystem ausgestattet ist, können wir das hier halt richtig adaptieren. Kann man machen. Ich bin immer noch ein Fan davon, da halt ein DSP fortzusetzen und das dann halt ordentlich zu machen. Aber wenn man das nicht will, ist das hier soweit alles drin. Ebenso haben wir hier Filter. Und zwar haben wir hier deutlich mehr Filter als bei der PA. Ich mache nochmal die Filter von der PA auf. Das waren die Filter von der PA. Das heißt, hier konnten wir tatsächlich nur sagen, High Pass oder Low Pass, an, aus und die Frequenz wechseln. Und das ist jetzt hier an der Stelle ein bisschen mehr. Wir haben nämlich hier jetzt auch die Gains. Das heißt, das, was bei der PA hier unten versteckt war. Das ist jetzt quasi hier, hier hinter. Das heißt, wir haben die Gains für Kanal 1 und 2 und 3 und 4. Okay. Wir haben hier dann halt einen Filter, ob wir was filtern wollen. Wir haben hier die Range. Das heißt, wir können halt entweder sagen, okay, wir wollen von 15 bis 300 oder von 300 bis 6000. Das heißt, wir können hier, die PA kommt nur bis 50 runter. Hier können wir bis 15 runter. Und bis 6000. Und ich bin nicht nur bis zu 5000. Das heißt, dafür ist halt hier dieser Range-Knopf. Den können wir drücken. Heißt aber auch, dass wir hier auf Kanal 1 und 2 nur einen High Pass-Filter haben. Das heißt, wir haben hier keinen Low Pass-Filter auf Kanal 1 und 2. Wir haben hier auf Kanal 3 und 4 können wir auch die Filter aktivieren oder nicht. Und hier haben wir einen Low Pass- und einen High Pass-Filter, den wir unterschiedlich aktivieren können und wo wir dann die Werte einstellen können. Das heißt, auch hier sind wir im High Pass-Filter, sind wir auch begrenzter. Hier ist nur halt 15 bis 300. Das heißt, hier würde es schwierig werden auf Kanal 3 und 4 Hochpass. Das heißt, einen Hochtöner zu filtern, weil da kommen wir nur bis 300 hoch. Low Pass passt aber so weit. Das heißt, in Kombination Kanal 1 und 2, 3 und 4 kommen wir mit den Filtern so weit klar, wenn wir sie benutzen wollen. Dann gucken wir mal weiter, gucken wir auf die Unterseite. Wie sieht es hier aus? Was haben wir hier zu machen zum Einstellen etc.? Also, auch eine Sache, die wir schon kennen, sind halt diese Terminals, die hier super spack drin sitzen und ich nicht weiß, ob ich sie überhaupt rauskriege, weil diese Endstufe halt noch wirklich neu ist und deswegen ist es schwierig, die Sachen hier rauszukriegen. Also, das hier sind quasi die gleichen Teile, wie wir die in der Mini hatten, nur in einer Version größer. Die hier kennen wir wirklich aus der Mini-Serie. Das heißt, theoretisch, wenn ihr eine ETHEN Mini habt, könnt ihr die 1 zu 1 adaptieren. Das heißt, die ETHEN Mini hierhin tun, die Stecker drauf tun, das funktioniert tatsächlich, das sind die gleichen Stecker. Das habe ich ausprobiert. Was wir hier haben, ist halt logischerweise unsere Low-Level-Inputs, unsere High-Level-Inputs. Also, hier mit dem Input-Select können wir sagen, okay, wollen wir tatsächlich nur zwei Endgänge nutzen oder hier zwei High-Level-Inputs nutzen oder wollen wir tatsächlich alle vier nutzen. Wenn wir nur zwei haben, werden die zwei auf alle vier Kanäle verteilt. Wenn wir hier quasi den Schalter offen, das heißt, oben haben, dann wird halt auf Kanal 3, Kanal 3, Kanal 4, Kanal 4 versteckt. So wollen wir es natürlich haben, einmal separat, weil wir werden das Ding hier aktiv ansteuern. Auch hier die Terminals für Strom werde ich, glaube ich, sehr schwer rauskriegen. So, da ist es. Hier sehen wir nämlich auch, wir haben Plus, wir haben Remote, wir haben Masse. Das ist an der Stelle. Auch die Stecker kennen wir schon von den Mini-Stufen. Die sind halt eins zu eins genau das Gleiche. Das heißt, da kann man es einfach sich die Mini nehmen und da liegen nehmen. So. Wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Sehr, sehr coole Sachen mal integriert. Und, was man sagen muss, das Teil ist ein Ticken, wirklich ein Ticken größer als die Mini. Das heißt, wir sind hier immer so ein bisschen größer, ein bisschen größer, ein bisschen größer. Hat das denn auch was mit den inneren Werten zu tun? Da gucken wir jetzt mal drauf. Und wenn ich schon vergleiche, dann hier jetzt auch. Weil als offizieller Nachfolger von der Mini muss es natürlich möglichst besser sein als die Mini. Also, was für Wert hatten wir denn bei der Mini überhaupt? Bei der 4-Kanal hat die Mini 4x100 Watt gemacht an 4 Ohm, 4x155 Watt an 2 Ohm und gebrückt waren wir bei 2x310 Watt an 4 Ohm. Das heißt, auch hier ja, definitiv ordentlich Leistung für die Größe, die wir haben. Wir reden hier von 18,4 x 16 x 5,1 cm. Die Mini, ich habe es gerade gesagt, die ist ein bisschen kleiner gewesen. Das heißt, die ist ein Millimeter schmaler. Die ist knapp 1,5 cm weniger hoch und die ist ein Millimeter flacher. Das heißt, hier hat er eine Millimeter, die wird wahrscheinlich von diesem Deckel kommen, von dieser Deckelkonstruktion. Ansonsten von der Breite brauchen wir nicht drüber reden. Hier tatsächlich ist jetzt diese MA ein Ticken größer. Ob es jetzt an den Schropplöchern oder ansonsten was liegt, kann ich nicht sagen. Aber wir haben ein bisschen mehr Größe. Wir haben auf jeden Fall mehr Stabilität und Wertigkeit. Wie sieht es jetzt mit den Werten aus? Kann jetzt die MA die Mini endlich schlagen? Und ja, ein bisschen. Das heißt, wenn wir von 4 Ohm viermal reden, haben wir jetzt anstatt 100, haben wir 105 Watt. 5 Watt ist nicht die Rede wert. Ist fast Seriensteuerung. Also an der Stelle nichts, worüber man sich irgendwie groß freuen könnte oder so. Wenn wir auf 2 Ohm runtergehen, sieht es ein bisschen anders aus. Wir hatten gerade 155 Watt an 2 Ohm und diese neue MA hat jetzt 185 Watt. Das heißt, jetzt reden wir von 30 Watt mehr an 2 Ohm. Das ist cool. Bei 3 Ohm natürlich irgendwie was dazwischen. Dadurch resultiert natürlich auch ein anderes Ergebnis, wenn wir jetzt gebrückt diese Stufe nutzen. Das heißt, wir können natürlich die beiden Kanäle oder die vier Kanäle jeweils brücken. Und dann haben wir zweimal 368 Watt an 4 Ohm. Das heißt, an der Stelle haben wir 58 Watt mehr pro gebrückten Kanal, den wir hier haben. Was kann man jetzt damit machen? Das heißt, wir haben schon wieder diese Kombination. Wir haben jetzt eine Endstufe. Die macht jetzt Leistung. Die macht jetzt richtig Leistung. Also mit 100 Watt pro Ausgang, an über 100 Watt, 105 Watt am Ausgang, kann man natürlich schon viel Spaß haben. Das heißt, das ist jetzt ein Hochtöner-Kindergarten. Das heißt, mit 105 Watt an einem Tieftöner können wir problemlos locker arbeiten. Gar kein Thema. Wir können auch mit den 368 Watt für einen Subwoofer an 4 Ohm. Kann man auch super arbeiten. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich will jetzt ein Frontsystem aktiv damit betreiben. Auch gar kein Problem. Also für einen Tieftöner haben wir genug Leistung, für einen Hochtöner haben wir genug Leistung. Alles super, wenn wir sagen wollen, ein Zwei-Wege-Frontsystem passiv plus ein Subwoofer. Auch eine coole Kombination. Im Vergleich zur PA brauchen wir logischerweise mehr Strom in dem Ding, weil das Ding haut auch mehr raus. Die MA-Serie endet aber logischerweise nicht mit der MA4. In der PA gab es ja eine PA1, eine 2 und eine 4. In der MA-Serie gibt es jetzt eine MA1, eine MA2, eine MA4 und eine MA6. Das heißt, wir haben vier verschiedene Endstufen, die gleich ähnlich aussehen. Das heißt, auch an der Stelle haben wir verschiedene Formformate. Wir haben die 2-Kanal, die MA2 und die MA4. Hier haben wir es schon gesehen. MA2 und MA4, die sehen halt tatsächlich hier einmal gleich aus, auch von den Maßen her. und wir haben zwei Endstufen, die ein bisschen größer werden. Das ist dann halt entsprechend die 6-Kanal, die MA4 und die MA1, ein Monoblock. Da will ich auch noch mal ganz kurz auf die einzelnen Leistungswerte eingehen. Ich habe die Endstufen nicht hier, aber trotzdem kann man schon mal ein bisschen gucken, okay, was können die und was kann man damit machen. Und ich würde einfach sagen, fangen wir mit der MA1 an, ein Monoblock, der sich gewaschen hat. Die Eton MA1 ist ein bisschen größer. Was heißt ein bisschen größer? Das heißt, wir reden hier insgesamt von 9 cm mehr in der Breite. Das heißt, das Teil ist schon deutlich erwachsener. Also von der Größe her erwachsener. Aber was kriegen wir dabei raus? Was kommt aus dieser MA1 wohl raus? Und das sind Werte, die sich auch für einen Monoblock, für einen SQ-Hersteller, eigentlich sehr, sehr brauchbar anhören. Weil wir haben an 4 Ohm 690 Watt MS-Leistung. Halbieren wir die Impedanz von den Lautsprechern, das heißt, an 2 Ohm sind wir bei 1120 Watt. Das heißt, über 1 kW an 2 Ohm. Schon sehr cool. Und wenn wir sagen, okay, uns reicht es nicht und wir gehen mit einem 1 Ohmsabwoofer da rein, sind wir bei 1510 Watt. 1,5 Kilowatt aus einer schönen digitalen Endstufe, die genauso schön aussieht wie die hier. Also, wirklich, ja, 1,5 kW braucht man nicht. Schön ist es zu haben. Ja, das heißt, interessante Stufe auf jeden Fall. Kann man was mitmachen. Die 2-Kanal MA2, der Nachfolger von der Mini 300.2. Das heißt, okay, was haben wir hier jetzt an Leistung? Eine 2-Kanal-Endstufe. Und die Endstufe hat jetzt auch ein bisschen mehr Leistung als die alte Mini. Und zwar reden wir jetzt hier von 190 Watt an 4 Ohm zweimal. Wir reden von 310 Watt an 2 Ohm. Und gebrückt haben wir an dieser wunderschönen Endstufe dann 640 Watt anliegen. Also, gleiches Formformat. 640 Watt Ausgangsleistung und damit 20 Watt mehr als die Mini 300.2. Ist nicht viel, aber schönes Gehäuse. Man kann sich schnell befestigen und hat Bums für den Subwoofer, wenn wir wollen. Aber mit der 2 ist es nicht geblieben. 1, 2, 4 haben wir hier. Bleibt noch eine, bleibt die 6. Die Eton MA6 hat eine symmetrische Leistungsverteilung. Heißt, jeder Kanal hat gleich viel Leistung. Genauso wie in den ganzen MA-Serien. Das heißt, überall gleich. Nur hier haben wir 6 Kanäle. Um diese 6 Kanäle zu befeuern, brauchen wir natürlich auch wieder mehr Fläche. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Design wie die MA1. Das heißt, man kann die MA1 super mit einer MA6 stapeln. Auch wieder mit den Lupsis. Oder man kann eine MA2 mit einer MA4 stapeln. Okay. Heißt, was ist alles in der MA6 drin? Wir haben 6 mal 120 Watt an 4 Ohm. Wir haben 6 mal 225 Watt an 2 Ohm. Und wenn wir die ganzen Dinger halt irgendwie brücken, haben wir noch 3 Kanäle über. Und aus diesen 3 Kanälen kommen jeweils 450 Watt raus. Auch eine sehr interessante Endstufe. Wenn man sagt, okay, man will jetzt ein 2-Wege-Frontsystem und ein Subwoofer, könnte man da halt ordentlich Spaß mit haben. Oder anders kombinieren. Die komplette Serie ist eine schöne Serie. Mit der man wirklich alles Mögliche abdecken kann. Preislich, attraktiv und trotzdem sehr cool verarbeitet. Coole Features drin. Qualitativ cool. Was habe ich bisher gemacht? Ich habe diese MA4, die ich jetzt hier liegen habe, einfach mal gegen eine Mini getauscht. Das heißt, ich habe halt noch einen Kollegen, wo halt eine Mini drin ist. Da haben wir die PA reingetan, haben es ähnlich eingepegelt und haben halt einfach mal gegengehört. Ist das, was wir von der Mini-Serie kennen, jetzt auch von der MA-Serie zu erwarten oder nicht? Und wir haben jetzt keine großen Audio-Analysen gemacht. Das heißt, wir haben Musik gehört. Wir haben halt erstmal die Mini gehört und danach halt die MA gehört. Und Nuancen sind unterschiedlich. Das heißt, es ist definitiv nicht die gleichen Komponenten drin, weil es hört sich ein bisschen anders an, wenn man halt genau darauf achtet. Aber das sind jetzt wirklich Sachen, die man jetzt wahrscheinlich, die Einstellung war für die Mini gemacht. Das heißt, der DSP war auch natürlich auf die Mini eingestellt. Wenn wir jetzt halt leichte Unterschiede haben. Ich hätte nicht sagen können, was jetzt wirklich besser oder schlechter klingt. Es war ein bisschen anders. Es hat mich null gestört. Es war beides sehr schön. Und deswegen würde ich aktuell aus meiner Situation sagen, dass die MA, zumindest für mich, was ich gehört habe, ein würdiger Nachfolger für die Mini-Serie ist. Zumindest die MA-4 hier, die ich hier habe. In Zukunft, wenn mein Endstufen-Testlabor endlich fertig ist, werde ich auch die MA hier einmal prüfen auf Effizienz, auf Leistung, auf Rauschabstand etc. pp. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und dann kriegt ihr Bescheid, wenn neue Videos von mir rauskommen. Okay, damit haben wir jetzt die komplette MA-Palette durch. Von 1 bis 6 haben wir alles einmal besprochen, was für Leistungswerte wir haben etc. pp. Und damit ist das halt eine neue Serie, die sehr frisch auf dem Markt ist. Ich kriege dauernd Werbung davon angezeigt, weil die halt gerade frisch verliest wurde. Und es sind Endstufen, die wenig Strom verbrauchen. Also Effizienz werde ich halt, wie gesagt, nochmal messen. Die schön klein sind und mit denen man, ja, jegliches System, wie man es bauen will, aufbauen will. Ich kenne Leute, die sagen, ich mache mir alles mit Monoblücke. Ich habe keine Lust auf Kanalübersprechen oder sowas. Ich mache mir nur Monoblücke hin. Und an der Stelle kann man jetzt sagen, okay, so PA-1 oder ein MA-1 Monoblock könnte man dafür nehmen. Und wenn ich das richtig sehe, sind beide, das heißt sowohl die PA-1 als auch die MA-1, Full-Range Monoblücke. Heißt, die haben keinen aktiven, unabschaltbaren Filter, der dann halt sagt, okay, ab 250 Hertz nach oben mache ich nichts mehr. Das ist ja bei einigen Monoblücken so. Bei denen nicht. Also kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht bald ein paar Leute mit MA-1 oder PA-1 durch die Gegend fahren und ein bisschen Spaß haben. Habt ihr Lieblings-Endstufen? Sowas wie eine Iden PA-5002 oder 5400-2? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne, bis nächste Woche. Euer Thomas. Ich würde mich sehr freuen.